In Offenbarung Kapitel 4, da heißt es in Vers 4, Und rings um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Wer sind diese Ältesten, die Johannes hier im Himmel sieht? Wer sind diese Ältesten? Nun, wenn wir die Bibel verstehen wollen, dann müssen wir die Bibel mit der Bibel erklären. Die Bibel sagt, dass wir Geistliches geistlich erklären. Also wenn wir ein geistliches Buch wie die Bibel, die nun mal das einzige echte geistliche Buch ist, erklären wollen, dann müssen wir die Bibel mit der Bibel erklären. Wer sind die Ältesten, die 24 Ältesten, die Johannes hier sieht? Schlag Titus Kapitel 1, Vers 5 auf. Titus Kapitel 1, Vers 5. Die Bibel gibt uns eine ganz konkrete Beschreibung davon, wer Älteste sind. Und da heißt es in Titus Kapitel 1, Vers 5, Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Wenn einer untadelig ist, Mann einer Frau und treue Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt. Vers 7, denn ein Aufseher muss untadelig sein als ein Haushalter Gottes. Nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach ständlichem Gewinn strebend und so weiter. Also wir sehen hier, es beginnt damit, dass Paulus Antitus schreibt, dass er in jeder Stadt Älteste einsetzen soll, dann heißt es in Vers 7, denn ein Aufseher und so weiter. Also ein Ältester wird gleichgesetzt mit einem Aufseher, das sind Synonyme. Nun, um welches Amt geht es hier? Es geht hier um das Amt eines Pastors. Und ich werde dir gleich beweisen, dass Pastor der richtige Begriff ist, denn manche Leute wollen das nicht glauben. Es geht nur um das Amt eines Pastors, das Amt eines Ältesten, eines Aufsehers, das sind Synonyme. Also wenn wir jetzt einfach die Bibel lesen, wer sind Älteste in der Bibel? Das sind diejenigen, die das Sagen haben über eine Gemeinde, die eine Gemeinde leiten. Die nicht jung sind im Glauben. Der Begriff Ältester bedeutet nicht, dass er buchstäblich alt sein muss, sondern es bedeutet, dass er nicht jung ist im Glauben, kein Neubekehrter, sondern jemand, der reif ist im Glauben. Und er hat das Aufsehen über eine Gemeinde. Er sieht über die Gemeinde, in dem Sinne, dass er die Gemeinde leitet. Und lass uns eine Parallelstelle anschauen in 1. Timotheus. Wenn du zurückgehst zu 1. Timotheus, da heißt es im Vers, in Kapitel 3, Vers 1. 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 1. Ganz glaubwürdig ist das Wort, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Man muss aber ein Aufseher untadelig sein. Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, zu lehren und so weiter. Also wir sehen hier immer wieder, Ältester, Aufseher, das sind Synonyme. Es geht um das Amt eines Pastors. 1. Petrus, wir schauen uns einfach ein paar Stellen schnell an. 1. Petrus, da heißt es in Kapitel 5, in Vers 1, die Ältesten, wieder. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt. Nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe. Also was wir uns bisher angeschaut haben, die Begriffe Ältester, Aufseher, die werden jetzt alle zusammengefasst. 1. Petrus 5, Vers 1. 1. Die Ältesten, ja, dann haben wir in Vers 2, dass sie freiwillig Aufsicht üben sollen. Wir haben den Begriff Aufseher. Und was haben wir hier noch für einen Begriff, den wir finden? In Vers 2. Hütet die Herde Gottes. Also was für ein Amt haben sie? Sie haben das Amt eines Hürden, sie sollen die Herde hüten. Also wenn wir diesen Vers lesen, 1. Petrus 5, Vers 1 und 2, dann stellen wir fest, dass Ältester, Aufseher und Hirte dasselbe Amt sind. Es wird alles zusammengefasst. Und wie bezeichnen wir dieses Amt auch? Wir bezeichnen dieses Amt als Pastor. Und Leute wollen das nicht glauben. Oh Pastor, das habt ihr erfunden. Ja, nirgendwo in der Bibel steht das Wort Pastor. Das habt ihr erfunden als Baptisten. Ja, und das ist viel zu autoritär und bla bla bla. Es soll nicht nur einen Pastor geben in einer Gemeinde. Das kommt doch nicht mehr in der Bibel vor. Immer wieder sehe ich diesen Schwachsinn. Aber lass mich dir was erklären. Weißt du, was das Wort Pastor bedeutet? Pastor bedeutet Hirte. Raten wir mal, was in Epheser Kapitel 4 steht. Dass er etliche als Apostel gegeben hat. Was heißt es dann auch? Etliche als Hürtin und Lehrer. Was ist ein anderes Wort dafür? Pastor. Pastor bedeutet Hirte. Und raten wir mal, was in anderen Bibelübersetzungen steht. Da steht statt Hirte Pastor. Nun, beides ist richtig. Hirte und Pastor bedeuten dasselbe. Also ob da Hirte oder Pastor steht, macht buchstäblich keinen Unterschied. Es geht um dasselbe Amt. Also doch, Pastoren kommen in der Bibel vor. Und die Bibel ist eindeutig, dass eine Gemeinde eben einen Aufseher haben soll. Einen Ältesten. Einen Pastor. Warum verwendet die Bibel diese Begriffe für ein und dasselbe Amt? Denn es ist dasselbe Amt, wie ich dir gezeigt habe aus 1. Petrus Kapitel 5, Vers 1 und 2. Um uns verschiedene Aspekte dieses Amtes aufzuzeigen. Um uns verschiedene Aufgaben dieses Amtes aufzuzeigen. Ein Aspekt ist, dass ein Pastor eben ein Ältester sein soll. Das heißt, er soll reich sein im Glauben. Gewachsen sein im Glauben. Nicht gerade erst gestern zum Glauben gekommen. Nicht gerade erst gestern gerettet worden. Zweitens, er soll ein Aufseher sein. Das heißt, er hat das Sagen über die Gemeinde. Er übt die Aufsicht über die Gemeinde. Dass alles so läuft, wie Jesus Christus, der Oberhürte, sich das vorstellt. Denn ein Pastor, ein Hürte, das ist der dritte Aspekt, er ist natürlich nicht das Oberhaupt der Gemeinde, sondern das Oberhaupt der Gemeinde, jede einzelne Gemeinde ist Jesus Christus und der Pastor sozusagen der Unterhürte. Und was macht ein Hürte? Er hütet die Herde, er bewahrt sie vor Wölfen, er bewahrt sie vor Angreifern. Und er hat eine ernährende Funktion, er leitet die Herde auf eine grüne Weide. Er nährt die Herde. Und genauso ein Pastor eben, er leitet nicht einfach nur die Gemeinde, sondern er beschützt die Gemeinde, er lehrt die Gemeinde, er nährt sozusagen die Gemeinde wie ein Hürte. Das sind die verschiedenen Aspekte desselben Amtes. Und ja, dazu sagen wir Pastor. Denn weißt du was, im religiösen Sprachgebrauch, im religiösen Kontext, sagen wir nun mal nicht Hürte, tut mir leid, wir sagen Pastor. Wir sagen auch nicht, wir versuchen auch nicht, das griechische Wort für Kirche einfach eins zu eins zu übersetzen, irgendwie die Herausgerufene. Und es gibt Leute, die wollen so einen Schwachsinn anstellen oder die wollen unbedingt Versammlungen sagen und tun so als sei, denn das, was das Wort auch bedeutet, ist ganz einfach eine Versammlung. Natürlich, die Kirche ist eine Versammlung, aber sie wollen unbedingt Versammlungen sagen, weil sie glauben, dass irgendwie Kirche falsch sei, dass es irgendwie ein falsches Wort sei. Aber im religiösen Sprachgebrauch, im alltäglichen normalen Sprachgebrauch, sagen wir nun mal Kirche, okay? Und daran ist nichts falsch. Wir sagen Pastor, auch wenn in der Stapte 2000 zum Beispiel Hürte steht. Aber Pastor bedeutet Hürte, okay? Daran ist nichts falsch. Also, die 24 Ältesten, Offenbarung Kapitel 4, gehen wir zurück zu Offenbarung Kapitel 4. Wer sind die 24 Ältesten, die Johannes im Himmel sieht? Nun, das sind Pastoren. Und warum sind es einfach diese 24 Ältesten, die um den Thron sitzen, mit weißen Kleinen bekleidet, die auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten? Nun, offensichtlich waren das Pastoren, die besonders geehrt werden. Pastoren, die einen besonders guten Dienst verrichtet haben. Und die werden geehrt, sie dürfen um den Thron sitzen, sie haben Kronen auf ihren Häuptern natürlich als Zeichen von Autorität und Ehre. Es waren Pastoren, die einen besonders guten Dienst verrichtet haben. Ich meine, was für eine unfassbare Vorstellung, dass ein Pastor die Ehre bekommt, weil er hier auf Erden gut gedient hat, um Jesu Christi Thron zu sitzen und so geehrt zu werden. Unfassbare Vorstellung. Hallo, ich weiß, was ich will. Untertitelung. BR 2018